Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, es gab ein Update von Blizzard. Geplante PvP-Inhalte für WoW Classic, schon drei Tage her. Ja, wie einige von euch wissen, war meine Grafikkarte leider im Arsch und deswegen konnte ich nicht direkt zeitnah hierauf reagieren. Ich wollte aber unbedingt noch meine Meinung zu dem Thema sagen und deswegen kommt das Video heute. Auf Englisch heißt die ganze Geschichte hier Classic PvP-Contentplan. Ein bisschen eleganter. Wer sich die originale englische News anschauen möchte, kann wie gesagt gerne noch mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da habe ich sie noch mal verlinkt. Aber auch die deutsche könnt ihr euch da auch noch mal anschauen und quasi dann die Sachen im Detail noch mal nachlesen. Ich werde hier auch jetzt nicht jede einzelne Zeile vorlesen, sondern einfach allgemein ein bisschen über die Inhalte sprechen und was es einfach für die PvP-Spieler bedeuten wird im Sommer. Es ist ja schon länger bekannt, dass der PvE-Content in sechs Phasen kommen wird in WoW Classic. Es wird anfangen mit Molten Core, Oni und so weiter. Dann kommt irgendwann BWL, dann kommt irgendwann Naxxramas und das wird halt wie gesagt in sechs Phasen ablaufen. Blizzard hat sich jetzt dazu entschieden, auch die PvP-Inhalte quasi in diese sechs Phasen zu integrieren. Also ich gehe einfach mal an der Stelle davon aus, dass mit diesen sechs Phasen auch die gleichen PvE-Phasen gemeint sind. Ich habe da neulich mit Taki drüber gesprochen. Es könnte natürlich auch sein, dass hier andere Phasen gemeint sind, also dass es quasi zwei verschiedene Phasen gibt. Einmal die PvE-Phasen, einmal die PvP-Phasen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier die gleichen Phasen gemeint sind. Genau, also die News fängt eigentlich damit an, indem sie erstmal sagen, okay, es wird am Anfang, wenn ihr euch einloggt in WoW Classic im Sommer, wird es kein PvP-System geben von Beginn an. Und das war tatsächlich 2005 auch so. Das PvP-System, das Eresystem war nicht von Anfang an ingame. Trotzdem kann man natürlich andere Leute umklatschen. Gerade auf PvP-Servern natürlich braucht ihr euch da keine Gedanken machen, dass ihr denn irgendwie kein PvP machen könnt. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das bedeutet einfach nur, ihr bekommt keine Ehre für eure Kills, die ihr macht. Ihr könnt die Leute umklatschen, aber ihr bekommt dafür keine Items, keine Ränge. Und das finde ich erstmal gut, dass das PvP-System nicht von Anfang an drin ist. Dann kann man auch erstmal entspannt hochleveln. Alle können erstmal sich aufs Leveln konzentrieren, erstmal hochleveln. Und dann kann man quasi sich so langsam aufs PvP vorbereiten. Ja, und das wird sich dann ändern. Schreiben sie ja auch, sobald Phase 2 beginnt. Und da wird dann das Eresystem eingeführt. Wenn wir nochmal schauen, Phase 2 war quasi hier im PvE-Bereich, wo dann Diamol, Azuregos und Kasa kommen. Da soll dann eben auch quasi hier das PvP-System implementiert werden. Das bedeutet dann quasi, ihr könnt im Rang aufsteigen. Das heißt, ihr bekommt dann Ehre für jeden Kill, den ihr macht. Und ihr könnt euch theoretisch gesehen sogar auch schon die PvP-Items kaufen. Denn die werden dann auch schon in-game sein. Und die werden auch hier auf Patch-Stand 1.12 sein. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber was bedeutet das im Grunde genommen? Das bedeutet während Phase 2, und das finde ich sehr interessant, gibt es dann das Eresystem. Ihr könnt quasi im Rang aufsteigen. Ihr könnt euch dann auch die Belohnungen kaufen, wenn ihr die entsprechenden Ränge erreicht. Aber, ganz wichtig hier, es wird noch keine Battlegrounds geben in Phase 2. Das heißt, die komplette Ehre, die ihr machen möchtet, müsst ihr über World PvP machen. Und das ist natürlich, ja, eine sehr interessante Geschichte, weil es war tatsächlich auch so, auf den originalen Vanilla-Servern 2005 gab es auch, bin ich der Meinung, das Eresystem, bevor es die Battlegrounds gab. Und dann haben sich die Leute wirklich organisiert, haben sich in den berühmten South Shore vs. Terran Mill Schlachtfeldern da bekriegt und da halt ihre Ehre gemacht. Es wird echt interessant sein, welche Ränge man nur mit World PvP erreichen kann. Also ich gehe nicht davon aus, dass man in Phase 2 schon Rang 14 erreichen kann. Das halte ich für unrealistisch. Ich glaube nicht, dass man so viel Ehre schon farmen kann. Vor allem, weil man nämlich auch die wirkliche Ehre, wenn man rankt, eigentlich durch die Bonus-Ehre im Battleground macht. Wenn man dann Warzone gewinnt zum Beispiel, bekommt man entsprechende Bonus-Ehre nochmal. Und das ist viel, 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 viel mehr Ehre, die man nur für Kills bekommen würde. Deswegen glaube ich, dass man in Phase 2 nicht wirklich Rang 14 erreichen kann. Ja, wir werden mal schauen. Vielleicht werden trotzdem manche schaffen. Keine Ahnung. Aber denke ich eher nicht. Was ich hier auch noch anmerken möchte, ist, dass das auf Privatservern zum Teil das Problem gab, dass sich die Leute eben nicht nach Southshore beziehungsweise Terran Mill begeben haben, um Ehre zu farmen, sondern eine effektivere Variante gefunden haben, indem sie nämlich einfach die Flugmeister gegangt haben. Ja, und das ist natürlich so eine Geschichte, die schon sehr schade wäre, wenn wir in Phase 2 eigentlich die Möglichkeit für ein cooles World PvP hätten, wo jeder halt in der offenen Welt irgendwie PvP macht für die Ehre. Wenn das quasi dazu verkommen würde, dass die Leute einfach nur die Flugpunkte ganken würden gegen irgendwelche wehrlosen Leute, die da gerade landen. Also das würde ich schon sehr schade finden. Aber generell, wie gesagt, finde ich diese Phase 2 wirklich sehr interessant, dass man dann wirklich auch riesige, riesige fette World PvP-Schlachten erwarten kann. Ja, in der dritten Phase, hier nochmal zum Vergleich, das wäre dann BWL-Release, Dunkelmond-Jahrmarkt. Da kommen dann die Battlegrounds. Also Alterac in der Version 1.12, also nicht das ganz alte Alterac, was mega lange gedauert hat, sondern eine leicht modernisierte Version vom Alterac-Teil. Finde ich auch generell gut. Ich weiß, einige fordern da auch das ganz alte Alterac wieder. Ich finde es aber eigentlich nicht so schlimm. Ich bin eigentlich mit beiden Versionen einverstanden. Und Warsongalch, die Kriegshymnen-Schlucht, auf Deutsch kommt auch noch. In der Phase können dann die Stammgruppen wirklich loslegen mit ihrem Stammgruppen-PVP. Und ich gehe auch davon aus, dass dann in der dritten Phase die ersten Leute schon Rang 14 erreichen werden. Genau. Und jetzt kommen wir zu der Problematik der ganzen Geschichte. Und zwar steht hier nämlich, dass die PvP-Belohnungen, die man dann kaufen kann, sind auf dem Patch Stand 1.12. Und es war im originalen Vinyla-Spiel so, dass das PvP-Rang 14-Gear, also das epische Gear, und das blaue auch. Ich weiß übrigens auch nicht, ob Blizzard hier nur die PvP-Sets meint oder auch die Waffen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall war es im originalen Vinyla so, dass quasi die PvP-Belohnungen einmal geupgradet wurden. Also die waren nicht direkt auf Patch Niveau 1.12. Die waren quasi mal schlechter. Und wenn die auf dem Niveau von Patch 1.12 sind, dann sind die PvP-Belohnungen vor allem die Waffen, im Grunde genommen auf einem Niveau vom Late-AQ, Early-Nax-Ramas, würde ich ungefähr sagen. Also sehr, sehr stark einfach. Und Tipps Out und auch einige andere Streamer und auch generell die Community hat jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht die PvP-Spieler dadurch halt zu früh an zu krasse Waffen rankommen. Muss man einfach mal schauen. Wie gesagt, es ist auch noch nicht so ganz klar, wie lange die einzelnen Phasen dauern werden. Das heißt, es könnte natürlich auch sein, dass das vielleicht auch noch irgendwie sich dadurch verschiebt und dann vielleicht die Leute schon BWL clear haben, wenn die ersten Leute Rang 14 erreichen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre es schon ein bisschen komisch, wenn wäre viele Leute schon mit Rang 14-Gier rumrennen könnten, während die Leute nur nicht mal irgendwie BWL gecleared haben. Ich glaube aber, dazu wird es nicht kommen, weil, wie gesagt, es werden nicht so mega viele Leute Rang 14 machen. Schon einige. Wahrscheinlich auch schon mehr als 2005. Einfach, weil mehr Leute wissen, wie mächtig das Gear mittlerweile ist. Das wusste damals auch, denke ich mal, nicht unbedingt jeder. Ich denke aber, Blizzard wird ja irgendwie noch eine Lösung finden. Ja, nur, dass da Bescheid wird, so diese Problematik gibt es da einfach gerade. Genau. Und in der vierten Phase kommt dann das Arati-Becken. Wird quasi getrennt released. Das kommt nach AV und Warsong. Ja, kann man machen. Ich weiß nicht, von mir aus hätten sie auch gerne alle drei BGs gleichzeitig releasen können. Hätte ich auch nicht schlimm gefunden. Ja, ist jetzt nicht so mega relevant, finde ich. Was vielleicht noch interessant ist, Sie haben ja erwähnt, das finde ich auch wieder interessant in Bezug auf, was ich eben gesagt habe, mit den PvP-Belohnungen. Es gibt auch PvP-Belohnungen, für die man auch einen Ruf in dem entsprechenden BG braucht. Zum Beispiel, es gibt einen Warsong-Pvp-Händler, es gibt einen Arati-Pvp-Händler und es gibt einen AV-Pvp-Händler, der euch Gear gibt, je nachdem, welchen Ruf ihr bei der Fraktion habt von den Battlegrounds. Und sie sagen hier, dass dieses Gear nicht gleich auf dem Patch 1.12 Niveau sein wird, sondern dass das quasi ein bisschen zeitversetzt release wird. Also da werden nicht direkt alle Items verfügbar sein. Zum Beispiel sagen sie hier, dass die Schmuckstücke, die man in der Kriegshymnen-Schlucht, also in Warsong, kaufen konnte, erst mit Patch 1.9 hinzugefügt wurden. Und der Plan von ihnen ist es auch, diese Items dann wirklich auch erst in Phase 5 einzuführen. Und das war dann quasi hier schon, wo die War Efforts für Ankerei beginnen. Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen so eine komische Logik. Auf der einen Seite bringen sie gewisse Items erst später. Auf der anderen Seite sagen sie aber hier, die Rang 14 Items, die bekommen aber alle direkt von Anfang an. Und die PvP-Sets halt. Ist ein bisschen komisch. Ich hoffe, dass sie sich hier irgendwie noch auf eine einheitliche Linie festlegen können. Ja, und am Ende sagen sie dann noch, dass in Phase 6, also mit dem Release von Naxxramas dann die World-Pvp-Ziele in Silithus und den östlichen Pestlangen kommen. Ja, ist auch so eine Geschichte. Ich fand die ehrlich gesagt nie so wirklich relevant, weil die, finde ich, nie wirklich einen richtigen Anreiz dazu gegeben haben, World-Pvp zu machen. Fand ich auch immer so ein bisschen. Ja, nicht so die geilste Geschichte. Auch nicht so relevant. Von mir aus hätten das auch schon früher bringen können. Aber wahrscheinlich wollen sie die Leute damit auch nicht abschrecken, indem solcher Content halt eben schon früher drin ist. Von daher, das kommt halt dann am Ende. Ja, hier nochmal die Phasen. Wie gesagt, in Phase 1 wird es quasi noch kein Ehresystem geben. Ihr könnt Leute umhauen, ja, ohne Probleme. Ihr bekommt aber quasi keine Ehre und keine Belohnungen dafür. Und, was ich auch noch nicht erwähnt habe, in Phase 1 gibt es auch noch keine unehrenhaften Siege. Was sind unehrenhafte Siege? Wenn man bestimmte NPCs in der Welt killt, also die keine Spieler sind, die haben dann immer so eine kleine in ihrem Tooltip, so eine kleine Markierung, da erkennt ihr die dann dran. Wenn ihr die killt, also wenn die dann ingame sind, die unehrenhaften Siege, dann werdet ihr direkt in eurem PvP-Rang heruntergestuft. Also es hat eine direkte Auswirkung auf euren PvP-Rang. Deswegen, wenn ihr dann am Ranken seid später, müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr euch keine unehrenhaften Siege holt. Ja, also nicht einfach in irgendwelche gigantischen World-Pvp-Gruppen joinen. Weil wenn ihr nämlich in einem Raid drin seid, wo jemand anderes einen NPC killt, der ihm einen unehrenhaften Sieg gibt, dann bekommt ihr auch einen unehrenhaften Sieg. Und daher müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Und die werden am Anfang noch nicht ingame sein, aber sobald das Ehresystem dann in Phase 2 kommt, werden die eben auch ingame sein. Das heißt aber nicht, dass ihr als PvPler gar keinen World-Pvp machen könnt. Ihr müsst einfach nur mehr aufpassen. Ihr müsst dann wirklich mit Leuten unterwegs sein, die von mir aus auch ranken und die alle das gleiche Ziel haben und die alle dann auch sehr darauf achten, dass man solche NPCs einfach nicht killt. Wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann bekommt man das eigentlich relativ gut hin. Ja, wie gesagt, aber einen 40-Mann-State-Rate wird dann vielleicht schon problematischer, vor allem wenn man mit irgendeiner Random-Gruppe mitgehen möchte. Das sollte man dann vielleicht machen, wenn man mit einem Ranking schon abgeschlossen hat. Ja, und wie gesagt, die Belohnungen könnt ihr dann halt in Phase 2 theoretisch gesehen schon kaufen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass hier schon die richtig hohen Ränge erreicht werden. Hier wird dann vielleicht mal einer Rang 10, Rang 9 oder so erreichen, aber Rang 14 wird hier glaube ich noch nicht möglich sein. In Phase 3 kommt dann das Alteraktal und die Warsong-Galch, also die Kriegshymnen-Schlucht. Und da können dann quasi die Stammgruppen anfangen, PvP zu machen, richtig, und dann auch, denke ich mal, Rang 14 erreichen in der Phase. In Phase 4 kommt dann das Arati-Becken. Das heißt, in Phase 3 könnt ihr quasi nur 10 Mann-Stammgruppen hier machen in der Warsong-Galch. Und ab Phase 4 könnt ihr dann auch mit 15 Leuten losmarschieren. Und wie gesagt, in Phase 6 gibt es dann hier noch diese World-PVP. Joa, was sagen uns die News also? Ja, die PvP-Spieler können sich eigentlich freuen, denn es kommt alles genau so, wie es auch in 2005, 2006 kam. Es wird nach und nach eingeführt. Und wie gesagt, kann wirklich sogar sein, dass ihr direkt ab der dritten Phase dann euch die sehr, sehr mächtigen PvP-Items schon kaufen könnt, wenn ihr die entsprechenden Ränge erreicht. Und ich finde es jetzt auch nicht so mega schlimm. Ich würde mir aber schon wünschen, dass man da vielleicht nochmal eine Abstufung macht. Und vielleicht auch die Rang 14-Belohnungen, gerade die epischen Waffen, die wirklich schon sehr, sehr stark sind, gerade für Krieger, Paladine und Schorken. Dass man die vielleicht nochmal in der vorherigen Version einfach anbietet und dann einmal upgradet, wenn wir Patch 1.9 oder so erreichen. Ja, das würde ich sinnvoller finden, denn selbst die leicht generften Rang 14-Belohnungen und generell die PvP-Belohnungen sind immer noch sehr stark. Und ja, ich würde mir einfach freuen, wenn man da vielleicht so eine einheitlichere Lösung noch finden würde. Wenn nicht, dann geht die Welt für mich aber auch nicht unter. Joa, das war mein Video auf die geplanten PvP-Inhalte für WoW Classic. Wie gesagt, für mich sind es gute Neuigkeiten. Schreibt mir gerne mal unter das Video, was eure Meinung zu diesen PvP-News ist. Ob ihr auch denkt, okay, die PvP-Items sollten vielleicht erstmal in einer leicht abgeschwächten Variante kommen. Oder sagt ihr, nee, die können ruhig der stärkeren Form kommen, das juckt mich nicht. So viele Leute werden eh nicht Rang 14 erreichen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten drunter. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Genau, kleine Ankündigung noch. Morgen kommt ein Video hier auf dem Kanal online, was eine Stunde geht ungefähr, wo ich mit dem Taki, der auch in der Ali-Gilde im Sommer bei mir am Start sein wird, der da auch eine führende Position übernehmen wird, ein bisschen über Hardcore-PVE in WoW gesprochen. Also das wäre echt sehr interessant, weil er hat einfach sehr viel Hardcore-PVE-Erfahrung. Er hat da wirklich in krassen Gilden mitgradet, World-First-Kills gemacht und solche Geschichten. Er hatte da Verträge mit den Gilden und so weiter. Also wirklich eine sehr spannende Geschichte. Ist quasi eine Podcast-Folge, die kommt morgen online. Könnt ihr euch hier auf YouTube anschauen oder auch auf dem Podcast von mir anhören auf Spotify. Das wird dann aber auch alles unter dem Video morgen verlinkt sein. Nur schon mal hier die Ankündigung, morgen kommt direkt das nächste Video. Genau, wenn ihr sonst noch nicht genug von WoW Classic habt, dann könnt ihr auch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Und ich streame momentan dreimal die Woche. Am Sonntag, am Dienstag und am Donnerstag ab 19 Uhr immer. In dem Sinne würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.